Der Sommer 2021 war der wärmste Sommer Europas seit Beginn der Aufzeichnungen. Das bestätigen die Analysen des Copernicus Climate Change Service, die bis 1979 zurückgehen. Die Temperaturen in Europa im Sommer 2021 waren rund einen Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Der Direktor von Copernicus bezeichnet 2021 als ein Jahr der Extreme. Hitzewellen im Mittelmeerraum mit einem neuen Hitzerekord von 48,8 Grad auf Sizilien. Waldbrände in Teilen Griechenlands, der Türkei und Italiens, die mehr als 800.000 Hektar Wald vernichtet haben und Überschwemmungen in Westeuropa die Städte zerstörten. Der Weltklimarat ist sich einig, dass sofortige Einsparungen der Treibhausgasemissionen notwendig seien, um die katastrophalsten Folgen des Klimawandels noch zu verhindern.